Dieser Artikel behandelt die französische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Qualifikation. Frankreich traf in der Europa-Gruppe 7 auf folgende Gegner. Als Gruppenzweiter mussten die Blöds anschließend noch zwei Berroche-Spiele austragen, um sich für die WM-Endrunde zu qualifizieren. Dabei gewannen sie gegen Irland das Rennspiel in Dublin mit 1 zu 0 und erreichten vier Tage später im heimischen Stade de France ein mühseliges 1 zu 1 in. V, das zudem noch durch einen irregulären Ausgleichstreffer begünstigt wurde. Frankreichs 20 Tore erzielten André-Pierre Gignac, Thierry Henry, Nicolas Anelka, Frank Ribéry, Karim Benzema, William Gallens, Joanne Gurküff und Sidney Gouwau. Ungeachtet der erfolgreichen Qualifikation stand die Person des Trainers Raymond Domenech nahezu während des gesamten Jahres 2009 im Brennpunkt der öffentlichen Kritik. Selbst innerhalb des Nationalen Verbands FFF war die Frage einer vorzeitigen Vertragsauflösung Gegenstand zweier Abstimmungen, bei denen sich aber jeweils eine sehr klare Mehrheit für den Selectioner aussprach. Das sendete den FFF-Präsidenten Jean-Pierre Escalettes allerdings nicht daran, sich im Januar 2010 über mögliche Kandidaten und den Termin der Bekanntgabe des Domenech-Nachfolgers zu äußern. Tatsächlich hatten sich Mitte Mai 2010 Verband und derzeitiger Arbeitgeber von Laurent Blanc bereits über die Konditionen eines Wechsels des Trainers von Girondins Bordeaux auf den Stuhl Domenechs nach der WM-Endrunde geeinigt. Für rund 1,5 Millionen Euro Ablösesumme entließ der Verein Blanc, der sich dann aber mit seiner Unterschrift Zeit ließ, vorzeitig aus seinem Vertrag. Französisches Aufgebot Nach dem FIFA-WM-Reglement Artikel 26 musste der Nationaltrainer spätestens 30 Tage vor dem Eröffnungsspiel der Endrunde eine provisorische Liste mit 30 Spielern und bis zum 1. Juni die definitive Liste mit 23 Spielern einreichen. Bis einen Tag vor dem ersten Vorrundenspiel Frankreichs konnten davon Spieler ersetzt werden, die sich, von der Sportmedizinischen Kommission der FIFA attestiert, so ernsthaft verletzt hatten, dass eine entrunden Teilnahme nicht möglich war. Domenech, der auch in seiner beruflichen Funktion der Astrologie große Bedeutung beigemessen hat, gab seinen vorläufigen 30er-Kader am Abend des 11. Mai 2010 bekannt. Er wollte jedoch nur 24 von ihnen zur ersten Vorbereitung vom 18. bis 25. Mai nach Tignis mitnehmen, diesen Kreis veröffentlichte er am 17. Mai. Die sechs aussortierten Spieler waren Torhüter Landro sowie die Feldspieler Fanny, Rami, M. Villa, Ben Afer und Briand in Tignis musste dann La Sanadiera verletzungsbedingt passen. Vom 27. bis 30. Mai absolvierte der Kader ein weiteres Trainingslager im tunesischen Suess. Anschließend flogen Spieler und Betreuer nach La Reunion und am 5. Juni nach Südafrika. Vor entrunden Beginn wurden noch Testspiele gegen Kostarika, Tunesien und China ausgetragen. In diesen Begegnungen hat Domenech das Spielsystem auf ein 4-3-3 um und nahezu unverändert folgende Anfangsformation aufgestellt. Beide Maßnahmen waren allerdings nur mäßig erfolgreich. Die Blüß haben für die Dauer der Vorrunde Quartier im Piersola Resort eine äußerst exklusiven, sehr weitläufigen 5-Sterne-Hotelanlage bei Knisna. Bezogen, die aufgrund ihrer Lage in einem großen Naturreservat am Indischen Ozean auch als südafrikanisches Saint-Tropez bezeichnet wird. Diese Quartierswahl wurde von der für Sport zuständigen französischen Staatssekretärin Rama Jade unter Hinweis auf die Finanzkrise öffentlich als Undezent kritisiert Spiele bei der WM-Endrunde Vorrunde in der Vorrundengruppe A kam es zu folgenden Begegnungen Am 11. Juni 2010 20,30 Uhr MESZ gegen Uruguay 0 zu 0 Die Blüß spielten mit Joris, Sanja, Galas, Abidal, Envra, Tullalan, Gorküftiabi, Gouau, Anelka, Ribéry am 17. Juni 2010 20,30 Uhr MESZ gegen Mexiko 0 zu 2 Joris, Sanja, Galas, Abidal, Envra, Tullalan, Diaby, Gouau, Ribéry, Malauda, Anelka am 22. Juni 2010 16,00 Uhr MESZ gegen Südafrika 1 zu 2 Joris, Sanja, Galas, Squilazi, Klichy, Diara, Gorküftiabi, Gignac, Cissi Ribéry gegen alle drei dortigen Vorrundengegner hatten die Blüß bereits bei früheren WM-Endrunden gespielt Gegen Uruguay 1966 und 2002, gegen Mexiko 1930, 1954 und 1966 sowie gegen Südafrika 1998 Die gesamte Länderspielbilanz war vor diesem Turnier gegen Uruguay negativ Gegen Mexiko und Südafrika positiv interne Querelen Siehe den Hauptartikel Fiasko von Kniesner In der Halbzeitpause der Partie gegen Mexiko beleidigte der Spieler Anelka den Trainer Domenech heftig und wurde daraufhin ausgewechselt Als das an die Öffentlichkeit drang, reagierte der Verband mit dem Ausschluss von Anelka aus dem Kader Aus Protest gegen das Bekanntwerden und den Rauswurf verweigerte die Mannschaft daraufhin vor dem letzten Vorrundenspiel das Training Für diese Begegnung verzichtete Domenech auf die als Redelsführer des Spielerstreiks betrachteten Invera, Toulalan und Anelka Während Abidal von selbst verzichtete In unmittelbarer Folge wurden Stimmen laut, die den Rücktritt von FFF-Präsident Jean-Pierre Escalettes forderten Sportministerin Roselyne Bachelet schaltete sich ein und sprach von einem moralischen Desaster für den französischen Fußball Vom